Willkommen zurück, eine Runde Minecraft Badwars auf Gomme und heute habe ich was mitgebracht. Was es so ähnlich schon gibt, ich habe es aber auch in den Kommentaren gelesen. Und zwar hat jemand geschrieben, dass ich doch nach jedem finalen Kill, den ich mache, eine Line rappen soll. Und da habe ich mich an das Liebe, wie oder an die schönen Videos von dem Schmocki oder Schmöckele erinnert. Der hat in Fortnite jedem Gegner einen Song geschrieben und eingesungen. Und ich dachte mir, wir machen jetzt das gleiche mal in Minecraft Badwars. Immer wenn wir einen Kill machen, kriegt der Gegner ein paar Lines oder einen Reim geballert. Schauen wir mal, wie viele Rap-Texte wir hier raushauen können. Das hier wird schon der erste sein. Immer the King erschwingt sein Ding, aber nicht in Badwars, denn er ist ein Tech-Lord. Denn Lumpy kam, sah und siegte bis immer the King. Nee, Digga, das ist lost. Oh, Bruder, es wird so cringe, wenn die Namen so schwer sind. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch auch nice Lines einfallen würden mit den Brunnen. Das ist wieder so eine Cringe-Challenge. Aber irgendwie witzig. Irgendwie witzig. Vor allem, wir müssen es halt auf halbwegs spontan raushauen. Schmocki konnte da ja einfach sozusagen sich dann Zeit lassen und die Songs etwas vorbereiten. So, er macht jetzt hier auf jeden Fall Auge. Grüße gehen raus an Felix. So. Gehen wir hier wieder hoch. Sagen wir gehen erst Bett holen. Suicide dann. Das müsste sich eigentlich ausgehen. Wir gucken mal. Okay, er wird zu uns gehen. Kein Problem. Den hier. Äh, den hier. Den hier. Sollte reichen. Perfekt. Perfekt. So, da hinten ist er. Wir sind Base. Also alles ganz, ganz entspannt. Wir haben Zeit. Wir können uns ausrüsten. Nein. Das gibt es nicht. Bitte sagt mir, dass das nicht wahr sein kann. Oh mein Gott. Wie können wir das Ding noch verlieren? Chillen einfach. Wir chillen einfach. Wir tun so, als wären wir im Shop. Wir tun so, als wären wir im Shop. Nein. Er hat aber kein Eisen. Er hat kein Eisen. Er hat keine Steinspitzhacke. Bitte sagt mir, er hat keine Steinspitzhacke. Bitte sagt mir, dass er keine Steinspitzhacke hat. Bitte, 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 bitte. Okay, perfekt. Schlumpi mit Felix. Du denkst, du wärst ein Helix. Machst dir einen auf Master der Matrix. Machst dir einen auf Master der Matrix. Matrix aber erschütterst vor meinem Anblick. Du denkst auch, du würdest den Bedwurst-König stürmen. Nehme ich mal so Wörter auf, die mir nichts mehr einfällt, Digga. Du denkst auch, du könntest den Bedwurst-König besiegen. Aber jetzt kannst du die Runde liefen. Ich hab dich einfach hops genommen. Die Freude ist zerronnen. Der Dev zählt jetzt zu deinen Stats dazu. Luck 2. Oh, cringe it in, Alter. Cringe it in, cringe it in. Wer jetzt noch kein Like dafür dagelassen hat, damit wir in der nächsten Version richtige Songs machen. Unehre. Wir haben immer kurz Luft geholt, würde ich sagen. So, wir gehen zu Türkis. Ein Mann der Eiran. Was läuft überhaupt in die Mitte? Ich knallfe ihn in die linke Titte. Du kannst mir gar nichts. Ich geb dir alles. Das ist meine Runde. Mein Win. Ja, das ist... Ist halt so, ne? Manchmal fallen mir keine Reime mehr ein. Das ist echt schwierig, so auch spontan, ne? Oh, er hat gar kein Bett mehr. Moment. Ein Mann ist kein Mann. Komm mal ran. Ich glaub, den haben wir. Ein Mann ist kein Mann. Er denkt, er kommt an Lumpi ran. Junge, ich hab dich zerfetzt. Er geht zu seiner Mama. Petzelt. Oh, dieser Lumpi hat mich zerstört. Sie war richtig empört und hat gesagt... Ein Mann? Du bist kein Mann. Oh, mein Gott. Stylische Becky macht hier Hack-Mack. Aber auch sie bekommt ihr Fett weg. Komm rein in die Allga, ihr. Haben wir. Haben wir. Kreiavum dachte auch, er wäre schlau, wenn er mit Gold spielt. Doch Kreiavum, was reimt sich darauf, dumm? No way. No way, ich bin tot. Wer hat mein Bett geholt? Excelsior, Junge. Meine Köp. No way, warum hab ich nicht einfach Bett abgebaut? Gibt's es nicht. Gibt es doch nicht. Nein. Mann, warum werd ich so scheiße? Nice. Mein Random-Mate einfach auf K. Ah, er bewegt sich. Okay, perfekt. Bro, wir müssen eine stabile Runde raushasseln. Ich muss noch ein paar Raps droppen und dann ist die Aufnahme auf. Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Team Rot, das musste sein. Haut rein. Busfahrer Dennis, der fährt lieber Bus, denn mit Minecraft Bad Wars, damit ist jetzt Schluss. Hab ich. Oh mein Gott. Was Tiss in Minecraft Bad Wars ist? Ein Witz. Junge, Junge, Junge. Ohne Ehre, ohne Verstand spielt er mit dem Bogen in der Hand. Junge, Lumpi, er rückt aus und macht ihn einfach nur zu laus. Perfekt. Ganz wichtig. Oh mein Gott, Digga. Egal, egal. Egal, dass wir ihn jetzt noch nicht haben, wir haben das Bett. Wichtiges Ding. Ganz, ganz wichtiger Knock von mir da oben. Returns PvP. So ein Knecht, wie noch nie. F*** dich ins Knie. Oh mein Gott. Wave PvP. Der mit dem großen C. Ich sag dir ade. Owe, owe. Nein, wir hatten kein Bett. Scheiße, wir hatten kein Bett mehr. Ich bin so dumm. Ich hab überhaupt nicht aufgepasst. Das ist so typisch. Nichts ist mehr wie früher. Ab jetzt sieht wer ist schneller. Ein Hacker im Team da. Ich kämpfe wie ein Krieger. Taktischer Spieler. Taktischer Spieler. Taktischer Spieler. Taktischer Spieler. Taktischer Spieler. Taktischer Spieler.